Ich mach doch gar nichts. Ich habe die MP5, man. Ich bin Detective. Ich bin bei Mr. Moor. Ich auch. Er ist Traitor. Wer ist Traitor? Delay, weil ich bin Detective und er sagt, er ist Detective. Oh, wer schlägt denn da so? Der Schleckri. Dieses Büro ist doch gefährlich. Warum war hier Feuer? Ich geh trotzdem rein. Nein, geh weg. Ich dachte, damit hab ich noch nicht gespielt. Schade. Die ist gut. Die ist so wie die Mc10. Im Reichstag drinnen. Prrp, prrp. Prrp. Achtung! Delay, delay is by me. Ja, ich darf machen, was ich will. Delay, delay is by me. Delay, delay is by me. Das ist so eine Philosophie von mir. Ja, das war so witzig. Der hat eine Granate geworfen, Achtung. Was hast du da rangeworfen? Wer hat er grad geschnossen? Oh, du Arschloch, Alter, wenn da jetzt einer drin wär. Du bist doch der Detective, du musst ein bisschen... Okay, hallo, Jamé. Ich will Jamé nicht hinterherlaufen, weil er mich dann umbringt. Nein, 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 nein. Peter. Wo ist Taddle überhaupt? Taddle ist noch was bei mir, Kollege. Okay, irgendwie... Wer lebt noch? Ja, ich? Und Zombie. Und es ist noch kein Traitor-Tod. Nächstes Leben mehr, auf jeden Fall. Taddle lebt noch, Taddle schießt auf mich, Taddle ist es. Vielleicht dachte Taddle auch du wärst es, Kollege. Ah, er hat sich weggeportet, schon wieder. Es funktioniert jedes Mal. Oh, Leute. Okay, auf mich wurde gesnipert. Es ist noch, äh, Debitor. Da will ich jetzt erst Beweise. Look at that. Look at that. Ich hab deinen Arsch doch kaputt gemacht. Beweis genug. Wer lebt denn noch? Wer lebt denn noch? Mordado hockt noch irgendwo rum. Na, Mordado's down. Echt? Die Scheiße, wer lebt da noch? Mr. Moore? Mr. Moore? Mr. Moore? Mr. Moore? Er hat sich aus der Map geglitscht. Ja. Oh, schade. Gott, gerade ein Mr. Moore muss Traitor sein. Ja, es hätten sich auch ein Radar rum. High five, Taddle! Pass auf, hinter dir! Nein, klittest du mich einfach. Hey, weil du aus der Map geglitscht bist. Da kommt man nicht raus. Ja. Aber die ist gar nicht so schlecht, die Waffe. Die Map ist cool, ey. Deswegen könnten die doch schnell suchen können. Die Map ist cool, ey. Ich schieß einfach Mordado an und porte mich weg. Geht das so schnell? Na, ich bin halt rausgegangen, weil er da mit der Schrotflinte verbunkert war. Aber du hattest wieder Schiss, ne? Da hab ich mich weggeportet, bin dann von hinten an Zimbel rangekrochen. Das hat sich so gut angefühlt, einfach Zimbel zu töten, ohne einen Schuss abzukriegen. Weil das ist einfach so eine Traumdarstellung, die für mich eigentlich irgendwie unmöglich erscheint. Was ist das? Nicht zu schießen, oder was? Dich zu töten, ohne selber einen Treffer abzubekommen, weil ich einfach der letzte Bob bin, was Shooter angeht. Dann spiel mir ja Shooter. Man nennt mich auch der letzte Bob. Aber das Shooter-Ding macht mir ja gar nicht so viel Spaß. Das ist ja einfach das Spielprinzip. Deswegen wird mir wahrscheinlich Trouble in Mindville mit allen Leuten wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, weil ich die Engine halt lieber mag. Du magst die Maschine lieber? Nein! 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 Hilfe! Wer war das? Ich bin in dieser Aufnahmesession jetzt gerade zum ungefähr... Okay, Zombie hat mich extrem geschwächt. Ich halte die Leute sicher. Also die anderen Web fand ich besser. Ich hab mir eigentlich schon mal... Hallo, hallo Mr. Moor... Oh, hier sind alle Leute... Ja, aber sehr gezielt. Er wollte mich umbringen. Oh, diese geilen Männer mit ihrem Band... Äh, da! Bombe! Ja, das ist die Bom... Oh. Ähm, Mr. Moor Game, warum lebst du noch? Weil ich da jetzt halt nicht bei euch war. Bist du Traitor? Wer lebt noch? Kann mal jeder... Ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Untersuchen wir mal alle Leichen. Bei dir nicht deine? Achso, ne, die untersuche ich jetzt nicht. Ich guck da bestimmt nicht rein, wenn die einer rumhängt. Ne, ich geh dann auch nicht da rein, ne. Äh, Zombie war Traitor. Okay, das heißt, einer von euch muss noch Traitor sein. Ich werte, dass es... Ficken wir mal... Zombie hat mich am Anfang... Ne, Zombie hat mich doch am Anfang auf 19 HP runtergeschwächt. Das wär genügend Beweis, dass ich inno bin. Ne, ne, das wär genau die Falle, die er macht. Ja. Du willst die Schuld auf Mr. Moore lenken. Oder auf dich. Ach ja, stimmt. Also Mr. Moore, wenn du inno bist, dann erschieß ihn. Und Debitor... Ne, ne, ne. Hä, das kann auch so gut du sein. Warum sollte ich... Ich bin's nicht. Guck mal, guck mal. Guck mal, was die machen, guck mal, was die machen hier. Alter, komm nicht rein. Komm nicht rein. Komm nicht rein. Ich bin ganz stolz auf mein Karma jetzt auf, weil ich ein netter junger Mann bin. Und Mr. Moore, das passt nicht zu dir. Okay, hat auf mich geschossen. Weil sonst hab ich geschwächter AP, das wär doof. Wer ist das denn? Ach, das ist Debitor. Aber wieviel trau ich Debitor das mal mehr als Vaudardo? Ich bin's echt nicht. Ich erschieß den, der reinkommt, gell? Also ich versuch's. Ich bin ja nur... Ich komm mal drüber da rein. Was ist so lustig, Digga? Komm raus! Du schießt auf mich? Ja. Ich hab's doch gesagt. Meine Argumentation war sogar richtig. Ich bin einfach reingelaufen. Ohne Witz. Wie schnell ist denn die Bombe hochgegangen? Ja, das war eine C4. Das war dieser Healing Station-Bomb. Das war, weil du an eine Healing Station gegangen bist. Geil. Ich wusste gar nicht, dass wir das Item haben. Ja, wir haben das Item. Das war eine Healing Station, verteilt als Bombe. Ich hab die da hingelegt. Und dann sind alle da hingegangen. Wow! Ja, ich bin da hingegangen. Oh, Essen! Wie so eine Mausefalle. Ich hab die einfach rüber hingelegt und wusste, irgendjemand geht da hin und denkt, oh, Hilo! Ist kein Scheiß-Item. Hat doch perfekt funktioniert. Ja, richtig. Wie so eine Mausefalle für Menschen. Ich dachte eigentlich, dass man halt mit dem Detective kommuniziert, wenn so ein Ding gelegt wird. Das hat halt keiner mehr dran gedacht. Das ist skippt. Hi! Willkommen in meinem schraulichen Heim. Schnell, ich brauche eine Waffe, wo die drei Sekunden um sind. Oh, ja. Ich bin Detective. Ich bin bei der Detective. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Ich bin Eno-Zent-ner. Ich bin Eno-Euro. Eno-Euro. Ein Eno-Zent-ner. Ach, Eno-Euro. Das ist für Wiese. Ich hätt gern ne Waffe. Ich hätte gern ne Waffe. Ich hätte sie Waffe gelegt. Ich hab nicht Angst vor dir, weil du Detective bist. Au, au. Waffen machen. Waffen machen. jetzt kommt es mir gerade hier kann man sich aus der map glitschen soll ich mich da raus glitschen oh ja glitschen wir uns alle aus dem eb ich wasche mir erstmal die hände okay ist es dies war glaube ich maudato er sagt sommer ist es die lese es auch die angst sommer ja ich hab ihn erwischt ja einer noch nein aber er sich ziemlich zu sehr freundet warte ich hab radar mein freund nein 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 das versteht doch einfach halt stopp erst müsst ihr euer zoll bezahlen oh scheiße ach warte okay du wirst sterben delay es ist delay tot ich guck einfach wer noch lebt und dann seh ich mr morfie erstmal ganz in ruhe ne mauer baut und dann geht er in den raum und dann so oh scheiße das nimmt kein gutes ende oh man ey okay Vielen Dank.